so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es den krawall der krawall von nordlicht feuerwerk eine fette fächer batterie für glaube ich unter 30 euro noch es handelt sich hier um eine double deck red allerdings nur mit multicolor stern 500 gramm voll ausgelastet und da würde ich doch mal sagen das klingt gut die werden wir jetzt mal direkt testen jetzt gehen wir jetzt krawall auf jeden fall wieder mit der witze maker so eine schöne batterie von nordlicht feuerwerk 321 und baller baller los leute war schick war kauft euch die mal wenn ihr dort bestellt